Oh, da ist ein Fisch. Oh, da sind viele Fische. Die sind überall Fischer. Solche Teile. Die stören sich überhaupt nicht. Teile. Dem scheint es ganz egal zu sein, dass hier so ein plumper Mensch rumwirkt. Ich möchte so... Ich glaube, das ist so. Okay, jetzt ist meine Hose schon nass. Nicht total, aber schon. Genau da, wo ich sie nicht nass in der Hand will. Hier. Da unten kann sie nicht sehen. Sonst hoffnet es auf meine Hunde. Wenn es kein Hunde gibt.